Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um die richtige Hautpflege und hier kann ich Ihnen einiges bieten. Die neue BELDAM Sensitiv-Pflegelinie ist ganz speziell für die empfindliche und für die trockene Haut. Alle BELDAM Sensitiv-Produkte sind ganz ohne Parfum und frei von Farbstoff und darum besonders hautverträglich. Ein Lichtschutzfilter schützt Ihre Haut vor einem schädlichen Anteil von UV-Strahlen und damit wird einer vorzeitigen Faltenbildung vorgebeugt. Zudem enthalten die Produkte der Sensitiv-Linie das Elastin, das ist ein Protein, das die Elastizität der Haut erhalten tut. Und für die anspruchsvolle Haut gibt es dann bei GOP BELDAM exklusiv mit aktiven Wirkstoffen, die die Hautfeuchtigkeit regulieren. Und dann haben wir hier noch die Feuchtigkeitsemulsion. Sie enthalten Kollagen und Plazenta und sie ist eine ganz wertvolle Ergänzung zur BELDAM exklusiven Aufbaugrem. GOP bietet Ihnen mit der grossen Auswahl an Qualitätsmarken für jeden Wunsch das richtige Kosmetikprodukt. OBAO, die sanfte Körpermilch, zieht sofort ein und spendet Feuchtigkeit. Das Fenial-Creme-Bad reinigt und pflegt Ihre Haut. Und dazu gehört die feinduftende Provence-Säufe. Elnet festigt die Frisur auf natürliche Art und schützt Ihres Haar. Charmys, reinigt und pflegt Haut und erhalten Sie geschmeidigt mit Milchproteinextrakt. Mumm, die hautfreundliche Deo-Emulsion, halten Sie den ganzen Tag frisch. Oriental, Calisse, Fleury, Très Eau de Parfum mit bezaubernder Duftnote. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Neuheit begüomen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Neuheit bei GOP…